Wie, ihr könnt eine richtig geile Grafikkarte gewinnen. Die sind doch alle ausverkauft. Nicht mehr, aber sie sind immer noch unfassbar teuer. Deswegen herzlich willkommen zu unserem Sponsor, dem IT Career Summit. Dort werden wir die Coding Challenges auf ein neues Level heben und ihr habt die Chance im Competitive Coding eine RTX 3070 Ti zu gewinnen. Diese Grafikkarte, saugeil, kann ich absolut empfehlen, aber lasst uns vorher klären, was ist denn eigentlich Competitive Coding? Und dazu werfen wir mal einen Blick auf das, was ich bisher gemacht habe. Wir hatten ja schon länger Coding Challenges. Und diese Coding Challenges sind klassische Coderätsel. Ihr müsst quasi eine Aufgabe lösen und darüber irgendwie, naja, Code schreiben, der halt die Aufgabe löst. So, das bedeutet, das ist natürlich super geil für Unternehmen im Vorstellungsgespräch bzw. wenn man quasi im Jobinterview ist, um zu testen, ob die Leute überhaupt was können, ob sie überhaupt programmieren können, ob sie überhaupt Problemlösungen ein bisschen können und ob sie verstehen, was die Aufgabenstellung ist. Da gibt es natürlich verschiedene Schwierigkeitsgrade von sehr, sehr einfach bis hin zu Zahlentheorie oder wirklich schwere Mathematik, Kryptografie. Alles darüber hinaus ist natürlich möglich. Also, sehr leicht bis keine Grenzen gesetzt, okay? Und da muss man dann natürlich auch unterscheiden, wie schwer ist das Ding eigentlich. Aber das klassische Rätsel ist ja eigentlich nur, es überhaupt zu schaffen. Das ist sozusagen der Singleplayer-Mode, wenn ihr so wollt. Im Competitive Coding gibt es natürlich Mitcoder in dem Fall, sozusagen wie Mitspieler im E-Sports, gegen die man sich dann, gegen die man antreten muss. Und ihr habt drei Möglichkeiten, wirklich gegeneinander anzutreten. Und zwar auf Zeit, auf Laufzeit und auf Codelänge. Lasst uns ganz kurz diese drei Modi erklären, bevor ich dann noch weitergehe. Und zwar, die Zeit bedeutet einfach, jeder bekommt dieselbe Aufgabe gestellt. Natürlich darf man nicht voneinander abschreiben. Und man muss quasi überprüfen oder man muss das Rätsel lösen. Aber derjenige oder diejenige, die das am schnellsten löst, die gewinnen. Ja, also quasi, wenn ihr 15 Minuten insgesamt Zeit habt oder einen Tag Zeit habt, wer als erstes fertig ist, hat gewonnen. So, das ist quasi die einfachste Art und Weise, eine Coding-Challenge zu machen. Es geht einfach nur darum, wer ist als erstes fertig. Da kommt es weder auf Codestil an, noch auf Lesbarkeit, noch auf irgendwas. Es geht einfach nur darum, dass es richtig ist und als erstes abgegeben wurde. Zu diesem richtig komme ich aber gleich nochmal. Das zweite ist Laufzeit. Und hier kommt es nicht nur darauf an, dass es richtig ist. Es ist auch völlig egal, wie lange ihr braucht. Da hat man einen festen Zeitraum, wo man dann sagt, okay, wir müssen quasi ein Rätsel lösen und wir haben dazu insgesamt vier Stunden Zeit. Und derjenige, bei dem der Code am Ende am schnellsten läuft, am meisten optimiert ist, derjenige oder diejenige hat gewonnen. Und das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Die dritte Möglichkeit ist Codelänge. Und das Ding nennt sich auch Code-Golf und bezeichnet im Endeffekt eine Art Sport, den kürzesten Code zu schreiben. Es ist völlig egal, wie lang der Code am Ende läuft, sofern er überhaupt eine Ausgabe hat. Natürlich, es muss alles richtig sein. Dazu komme ich aber gleich. Und es geht nur darum, wer am wenigsten Zeichen benötigt. Am wenigsten Zeichen in einem Code-Fragment. Und das ist ein Sport für sich sozusagen. Alles drei sind absolut faszinierende Arten und Weisen, gegeneinander anzutreten und haben völlig andere Konzepte auch. Also es gibt quasi drei Arten, Competitive Coding zu betreiben. Aber bei allen dreien ist wichtig, ihr müsst richtigen Code abgeben. Wenn euer Code nicht vollständig korrekt ist und manche Testfälle nicht angenommen werden, dann seid ihr quasi disqualifiziert. Das heißt, es ist wichtig, erstmal euren Code auch wirklich separat zu testen und zu prüfen. Und dann wird quasi evaluiert, ist euer Code korrekt. Und dann wird überprüft, seid ihr schneller gewesen als andere oder ist eure Lösung schneller gelaufen als die von den anderen. Oder ist euer Code der kürzeste. Aber davor muss natürlich alles richtig sein. Und diese drei Modi sind natürlich trotzdem irgendwie alle vertreten im Competitive Coding. Macht ja auch alles Sinn. Warum sollte man jetzt also daran teilnehmen? Nun, grundsätzlich ist das so. Man übt natürlich einfach. Also wenn man programmiert, übt man immer. Und wenn man sich wirklich an Aufgaben ranwagt, von denen man davor vielleicht noch nie was gehört hat, aber die man dann verstehen muss in der Aufgabenstellung und dann auch umsetzen muss in Code und dann vielleicht sogar noch optimieren muss, dann hat man einige Sachen, die man da tatsächlich trainiert. Unter anderem natürlich Problemlösung. Also ihr lernt zu verstehen, was ist das Problem und ihr lernt es zu lösen, quasi in einer Art und Weise. Und wie man das macht, ist meistens mit Algorithmen. Das heißt, ihr schreibt eure eigenen Algorithmen, ihr lernt eine Sprache mehr zu verwenden und ihr übt euch im algorithmischen Denken. Das ist super geil und wahnsinnig wichtig, auch wenn ihr irgendwie im Programmieren-Bereich weiterkommen wollt. Und natürlich auch solche Sachen wie schnelleren Code zu schreiben, dass diese Optimierungen wichtig sind im Job, dürfte mir jeder zustimmen. Ich meine, wenn wir jetzt eine Laufzeit von O von N haben und wir haben eine Laufzeit von O von N hoch N oder sowas ganz Furchtbares, dann ist natürlich die schnellere Lösung sehr viel lieber gesehen als die langsamere Lösung. Ist klar. Kritik ist allerdings vor allem bei CodeGolf und das ist der Modus, wo man quasi kurzen Code schreiben soll. Hier werfen Leute dem Competitive Coding immer wieder vor, dass das ein schlechter Stil ist und dass man eigentlich gar nicht so kurzen Code schreiben sollte, sondern eher langen Code schreiben sollte mit sehr vielen Kommentaren, mit Erklärungen und vor allem mit aussagekräftigen Variablen-Namen. Bei CodeGolf sind die Variablen-Namen meistens nur ein Zeichen lang, um natürlich Zeichen zu sparen. Ist klar. Und deswegen wird häufig schlechter Stil vorgeworfen. Das ist zwar soweit richtig, aber man muss natürlich umdenken können. Also gerade wenn man viel CodeGolf macht, muss man sich immer wieder vor Augen halten, das ist halt nur eine Übung. Und damit lernt man auch eine wichtige Fähigkeit. Man muss natürlich trotzdem den Algorithmus schreiben. Man muss trotzdem das Problem lösen. Und vor allem, man muss lernen, sehr, sehr schlechten Code zu lesen. Man muss ja seinen eigenen Code immer wieder verstehen. Und das kann meiner Meinung nach auch im Job sehr wichtig werden, wenn Kollegen zum Beispiel eine Sauklaue im Code-Stil haben. Okay, das heißt, alles in allem, es trainiert sehr viele Skills. Es macht unfassbar viel Spaß. Und vor allem, viele Firmen können dadurch die Skills von euch am ehesten einschätzen. Sie können zum Beispiel das Ganze als eine erste Übung im Vorstellungsgespräch oder auch einfach so mal zwischendurch angucken. Und sie können sehen, wie gut ihr dabei seid. Und manchmal werden dadurch sogar tatsächlich erst Talente erkannt. So, jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie werde ich besser in Code, äh, Competitive Coding oder Competitive Programming? Naja, im Endeffekt, ähm, ich habe einige Playlisten schon dazu gemacht. Nehmen wir jetzt einfach mal die Sprache an sich, ja. Wenn wir Python als Sprache wählen, dann ist natürlich erstmal die Python-Playlist für euch wahnsinnig relevant. Gerade wenn wir kurzen Code haben, sind auch die hinteren Teile der Python-Playliste super, super wichtig. Und wenn ihr tatsächlich Bock auf mehr Competitive Coding habt, dann werde ich da extra noch weitere Tutorials ergänzen. Denn es gibt ein paar kleine, kleine Tricks, um den Code zum Beispiel in Python ein bisschen, bisschen kleiner zu machen oder zu optimieren zum Beispiel auch. Aber wichtig sind natürlich auch sowas wie Algorithmen, Datenstrukturen und, ähm, dazu habe ich natürlich auch eine Playliste und zu allen anderen Sprachen übrigens, fast allen anderen Sprachen auch. Und ganz, ganz wichtig, und das ist das Allerwichtigste überhaupt, ist Üben. Ohne Übung passiert gar nichts. Ihr müsst Fehler machen, ihr müsst besser werden dadurch. Und ich persönlich bin kein King von Competitive Coding, definitiv nicht, weil ich es viel zu selten mache, weil ich viel zu viel Zeit in andere Dinge reinstecke. Aber ich, ähm, möchte euch die Möglichkeit geben, selbst daran teilzunehmen und selbst auch euch eure Coding-Skills zu verbessern. Und deswegen gehen wir jetzt den Schritt von den Coding-Challenges in Richtung Competitive Coding. Und ich freue mich wahnsinnig, wir haben ja auch schon mal übrigens live Competitive Coding tatsächlich gemacht, wo ich gegen euch aus der Community gespielt habe, wo ich gnadenlos verloren habe, weil ihr ja natürlich viel, viel mehr Übungen habt. Aber es war trotzdem geil. Aber heute darf ich tatsächlich ankündigen, dass wir an einer Plattform für solche Coding-Challenges arbeiten, wo ihr auch gegeneinander antreten könnt. Da wird natürlich immer mehr dann kommen. Und deswegen freue ich mich umso mehr, euch heute den IT-Career-Summit als Sponsor vorstellen zu dürfen. Denn ihr seht schon, ich habe mir eine Cap angezogen. Es gibt nicht nur für den ersten Platz nämlich einen Preis, es gibt auch für die Plätze 2 bis 8 einen Preis. Doch zunächst mal, was ist der IT-Career-Summit? Der ITCS ist eine Online-Jobmesse, ausnahmsweise mal. Normalerweise wird das Ganze offline stattfinden, aber online eben aufgrund der Pandemie. Deswegen lasst euch nicht irritieren von diesem NRW etc. Und ja, das Ganze ist ein super Event, wenn ihr irgendwie euch vernetzen wollt, wenn ihr einen neuen Job zum Beispiel finden wollt, wenn ihr einfach nur spannende Vorträge hören wollt. Stattfinden tut das Ganze am 24. September 2021 von 10 bis 16 Uhr. Es ist im Endeffekt, wie ich schon gesagt habe, gerade mit sehr, sehr vielen spannenden Vorträgen dabei. Das heißt, es ist eigentlich so eine Art Tech-Konferenz. Ihr habt dort auch Firmen, dazu kommen wir gleich noch. Und dort könnt ihr dann natürlich auch Netzwerken und einen neuen Job vielleicht finden, wenn ihr das wollt. Das Ganze ist für euch völlig kostenlos. Ihr müsst einfach nur da auf Join klicken und da einfach mal reinschauen, was euch da gefällt. Hier sehen wir die ganzen Speaker. Es sind viele an der Zeit und ich weiß es nicht. Ich glaube, da kommt noch mehr dazu. Niklas ist auch wieder dabei und ich bin selbstverständlich auch dabei. Wobei, wie gesagt, das Ganze eher eine Challenge für euch ist, als ein Speaker-Slot für mich. Und natürlich sind auch ein Haufen Firmen da, die ihr dann kennenlernen könnt, wenn ihr das wollt natürlich auch. Das heißt, ihr könnt das Ganze dann irgendwie ansprechen, ihr könnt die Leute ansprechen und so weiter und so fort. Kommen wir aber mal ganz kurz zur Coding-Challenge. Und zwar haben die Coding-Challenge, findet ihr übrigens auch auf der Startseite hier, die ich verlinkt habe. Und ihr könnt, wie gesagt, eine RTX 3070 Ti gewinnen. Und wir starten um circa 10.30 Uhr mit dem ersten Slot. Da zeige ich euch quasi, wie das Ganze gemacht werden soll. Das heißt, erstmal bekommt ihr so eine Art Demo-Challenge und ihr erfahrt, wo ihr die richtige Challenge findet. Ihr erfahrt, wo ihr die dann wieder abgeben müsst. Ihr erfahrt, was ihr überhaupt genau tun sollt. Ja, und dann habt ihr Zeit bis ungefähr 15 Uhr. Dann müsst ihr es dann abgegeben haben. Das heißt, ihr habt Zeit bis 15 Uhr. Dann müsst ihr es abgegeben haben. Und dort kommt dann um 15.30 Uhr auch die Auflösung. Das heißt, alles bei der ITCS. Das heißt, bitte meldet euch dort an. Wir machen nichts auf meinem Kanal dafür, okay? Übrigens, ein spezielles Feature von der ITCS ist auch, dass ihr ein Job-Date haben könnt mit potenziellen Arbeitgebern. Das ist ziemlich cool. Ihr könnt jetzt tatsächlich schon hergehen, euren Lebenslauf hochladen, wie ihr hier sehen könnt. Und dann einfach schon mal euer Job-Date quasi veranstalten. Und ja, da könnte auch was Cooles bei rauskommen. Also probiert das gerne aus. Doch jetzt stellt sich natürlich für euch die Frage, warum zur Hölle habe ich diese Cap auf? Und was könnt ihr alles gewinnen? Und ich sage schon mal so viel, also die Challenge werdet ihr dort um 10.30 Uhr mitbekommen. Was genau sein wird, sage ich euch natürlich noch nicht. Denn ihr sollt genau gleich viel Zeit haben, wie die anderen. Das wäre ein bisschen unfairer Vorteil, ne? Aber auf jeden Fall, Platz 1 bekommt eine Zotac Gaming GeForce RTX 3070 Ti Trinity Overclocked. Das ist, glaube ich, die stärkste Variante von der 3070 Ti. Ich bin mir aber nicht ganz 100% sicher, aber sie ist auf jeden Fall overclocked und richtig, richtig gut. Und hat 8 GB Speichern. Der aktuelle Preis, so zum Vergleich, liegt bei über 1000 Euro. Nämlich bei 1100 Euro. Platz 2 bis 8 gehen aber wie versprochen auch nicht leer aus. Und zwar bekommt Platz 2 einen 100 Euro Amazon Gutschein, einen Goodie Bag von der ITCS und diese Cap von mir. Nicht diese, aber eine von diesen Caps von mir. Platz 3 bekommt einen 50 Euro Amazon Gutschein, einen Goodie Bag und eine Cap von mir. Und Platz 4 bis 8 bekommen einen ITCS Goodie Bag. Und ich glaube, das sind ziemlich geile Voraussetzungen. Also 8 Leute können hier was gewinnen. Und Platz 1 hat, ist schon geil. Also ich würde selber mitmachen, wenn ich nicht derjenige wäre, der die Challenge erstellen würde. Das, ja, ich darf offensichtlich nicht mitmachen. Das wäre ziemlich unfair, wenn ich Challenge und Lösung einreichen dürfte. Aber es wäre geil, ich würde es sofort machen. Ja, ich hoffe, wir sehen uns dort. Und wenn das Ganze gut ankommt, dann kann ich schon mal so viel sagen, wir haben noch was sehr viel Geileres in petto. Es kommt aber natürlich ein bisschen drauf an, wie engagiert ihr seid. Und ich hoffe, ihr kommt wirklich alle. Und ja, wir machen da richtig, wir machen da richtig was Schönes draus. Okay, das heißt, bis bald. Und ja, bis zur ITCS. Ciao, ciao. Ciao, ciao. 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 Bis zum nächsten Mal.